hallo und herzlich willkommen zu die zwei viertel nach drei im bunker ein beinbruch ist auch dabei war nicht schlecht war nicht schlecht ja das durchgehen lassen ja wir haben neue aufnahmesession und der fleischhammer habt ihr auch schon gehört ich bin im bunker mit gebrochenen weinen ihr habt letztes mal haben wir ein bisschen kürz warst du das gerade ich habe mir typ gemacht bist du hier vielleicht schon direkt ich sehe was mit 47 meter activate rally point kannst du den rally point aktivieren oder bin ich da nicht in der nähe mach mal erstmal freundschaftsgeschichte ja das ist eine sehr gute idee ich glaube das ist dein rally point ja das ist mein rally point deswegen muss ich jetzt auch mal ich hab's geschert ich hab's geschert und deswegen kannst du nicht aktivieren verdammt okay dann müssen wir noch mal hinspielen ja genau ja das ist natürlich bitter return to trailer talk to nee moment ist das falsche du musst du musst eins geteilt haben na ich habe nur eine tier 4 ach so die ja wie dumm tier 4 clear hm schade wait for activate okay da bist du in die richtung also bisher letztes mal jans achtet weiner jetzt weiß ich wie da war die leute schriemen wenn ich im chat im in den kommentaren man das ist immer wirklich bei mir und darüber nachdenken hatte den letzten tagen macht das ist halt schwierig ist schon im stream so chat schreibt eine antwort auf eine frage die gestellt habe und ich denke mir was für eine frage habe ich gestellt dass ihr dass ihr das anfang ja aber das geht mir auch so das ist einfach der massive dem man so hat man das ist schon kraft ja stimmt ich fühle mich als hätte ich keine aus da aber es ist da doch noch er mein mann ist doch nur das bein ja jetzt bin ich auf der wohl da hat mich auf der anderen seite sehr gut und hier ist eine leiter schießt mal wenn du mich hörst hast du gehört ist ja komplett die andere seite krass ja ich bin jetzt ich weiß ja nicht wie ich am besten hochkommen ich hoffe mal hier über diesen diesen schacht aber ja was eine stunde 35 ok noch und haben sich gerade durch meinen ein schienbein durchgedrückt ja also gibt mein beste dass ich hier fast mäßig hier durch hier natürlich ja ich probiere mich also ich probiere jetzt einfach mal irgendwie rauszukommen weil ich sehe noch eine leiter in hoffnung dass sie mich nach oben bringt ich hab hier die rakete ich bin jetzt bei der rakete ich höre dich da drüben welche höhe bist du denn das müsste doch sehen über plus 40 ich bin auch bei 40 jetzt bei 44 ja ok pass auf ich bin bei 40 ich bin in der halle wo so lkws stehen ich schlag mich hier durch die wand ich bin genau da wo die rakete steht ja das ist ja jetzt leider ein bisschen runter ich mache mir meinen weg frei volksbanken volksbanken reifersenbanken ich hab mal ein fetter fetter twitch nein ich dachte ich hätte das letzte buch gefunden aber dem war nicht so das kind redet im schlaf schon wieder dass der hund redet im schlaf der hund ich zerre dir eine der hund was hast du gesagt ich habe es nicht verstanden das kind oha nicht nicht nein 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 was ist passiert ich bin jetzt da wo du warst nur halt auch mit gebrochenen beinen 7000 seid ihr das geist hier komme ich nicht durch wo bist du jetzt lang gegangen er durch so ein scheiß gang ich schieße und unterirdischen hier also ein schacht so ein fahrzeug schacht aber warte mal ich hörte ich doch hier hinter wir bist du höhe 40 jetzt bin ich höhe 28 bin halt runtergefallen ach so ob ich hierdurch kommt der wert denn also wo dich das ja die euren wege sind ja super buggy ich hab auch nichts zum sprengen hier ich meine haben 152 man will ja noch irgendwie auch ein gebrochenes bein verdammte scheiße mit der scheiße hier aber hier warst du nicht oder doch oder wie das scheint sich lang zu gehen komme ich ja vielleicht außenrum irgendwie durch den doch das müsst ihr doch schaffen das müsste doch gehen trinken nee schwierig schwierig jetzt sind wir hier 18 uhr im bunker eingesperrt also ja und keine quest angestartet weil sich die breine brechen musste im schacht war auch ein hässlicher bete meinerseits guck mal hier muss aber springen sonst kommst du da nicht ran du solltest ich habe gesagt guck mal so was habe ich war euro copter chassis schematik ja das klingt doch schon mal nach dem plan for the learning weiß nicht ob es so smart ist sich hinter der wand vorbeizubuddeln was ist ein sound das ist die die environment musik da das hier ach so die sind so metallische punkt und hier sind schacht das ist nicht gut ne das ist eine wand fuck da kommen wir auch nicht durch oder kommt hier weiter ich schlage noch mal eins weiter auf aber ich höre irgendwas laufen da um die ecke nee das ist ein zu nahe schacht ein zu nahe schacht ach das ist ein brettenhaus schacht heute dein wort schacht hier hast du schon bücher elutet hier warst du schon ja dann könnte ich zurückkommen aber wir müssen ja auch wieder raus nee nee ist gut ja nee nee ich laufe jetzt dir hinterher quasi okay du musst diesen schacht hoch tut mir leid dass ich nochmal sagen aber oh action musik bedeutet action ja ich bin hier das ist ne das ist ne was ist scheiße was ich hier mache der Zuschauer greift sich auch schon an den kopf ich mach uns schon mal den weg frei bis du bei mir bist so machen wir den kann ich mal ein verkackter zombie herkommen das ding mal auf hebeln hebeln sprengen habe ich was zum sprengen dabei also ich habe ja so eine garage vor mir ich hoffe dass es davon raus geht was ein krampf oder ja ist ein bisschen bitter das wird jetzt naja gut andersrum ist das ist schon cool aber ist auch bitter bitter cool so eine mischung aus bitter und cool gut die zeit die ich jetzt hier mit dem band schlagen und dem hier verbracht habe da kommt er ja super dann habe ich doch gleich jemand der mir hilft ich habe mich erst versucht über die wand durchzuschlagen aber hat das spiel gesagt nö ähm lass es stabil sind die betonwände zu 5 hast du hier bei dem trolley schon vom fahrstuhl aus hast du direkt an die leiter oder genau an der seite hoch an der an der seite geht also weiter weiter und dann musst du so ein bisschen rüberspringen auf dem fahrträger hast du die beine geboren ne naja vorher schon du hast auch die haxen gebrochen ja 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 wir sind hier zusammen drin die baum prägen bros liebe grüße an den bieten auf der stelle stimmt du hast ja stimmt alles so eine sachen die ich immer verjässe noch 5000 ja geleck ich habe eben erst 7000 weggekloppt es tut mir ja fast leid aber ich muss dir jetzt hast du einen bohrer? nee hast du einen bohrer du hast keine pickaxe dabei ich habe keine pickaxe ich kann hier nur mit mach 60er schläge scheinbar, 55er mach mal die schrotze hast du nicht gelbe patronen vielleicht dabei? sag mal was naja 50, ja 80 ungefähr würde ich mal sagen pro schlacht mach mal mach nochmal einen schuss mal, versuch mal einen zu tappen nee 20 nicht mal 20 18 oder so du verrotst dich deine Munition es ist egal Munition ist nicht das Problem okay okay pass auf jetzt ist hier die nächste Wand nee hier waren wir schon hier ist der Eingang hier musste man durch? nee das ist nicht der Weg nee ich musste keine 7000 Wand aufschlagen nee es ist alles schon leer ja hier ist jetzt raus sowas machen nur Idioten die sich die Beine brechen bei einer Aktion ja aber es ist ja auch alles ein bisschen für die Zuschauer also wir wollen ja auch jetzt 9 Minuten voller Emotionen ja also machen wir uns nicht vor das ist alles schon auch Schauspiel also wir sind definitiv viel besser als das was wir hier bieten und ähm und daher ja oh sorry nicht schlimm aber deine Knarre sieht krass aus äh look dittes hier da läuft er ja dün 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 wie er die hält ja ja schon ich kann zwar nicht treffen mit der Waffe aber sieht gut aus oh hallo Mutti Rick Grimes ist da pass auf hier sind äh ne ja das sind Minen da sollte man aufpassen wenn man da rein rennen ja ja schmutz eine Bandage geholt habe bist du noch da? ich bin da ja wieder kann man sagen wieder ja lass nach Hause fahren machen wir ähm das explodiert denn jede Moment ja gut jetzt spawnen hier neue Zombies dün 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 ja ich würde sagen wir drücken wir mal nach Hause und machen uns ein bisschen frisch oder? Näschen pudern und dann bitte? Näschen pudern das ist ein Synonym für koksen? nein na was denn sonst? ja was kennst du das nicht? ne wenn die Mädels auf Toilette abhauen koksen die? ja so wird es sein keine Ahnung mit Näschen pudern das ist doch aber ich meine es sind zwar YouTube Millionen und auch Twitch Millionen das ist ganz klar also gerade mit dieser Serie sind das Unsummen die wir damit verdienen ja ja also es sind halt Leute die schönen Dank nochmal an unseren Schokadaddy der uns das Koks oh Gott sind jetzt so oft das Reizwort drin Monetisierung auch ade wir meinen das Kohlekoks Leute müssen wir auf die Bundestagstoilette gehen oder so Bundestagstoilette ja haben wir doch mal den Test früher gemacht und denn da Kokstest jemand? ja ja und? ohne Witz ja sag mal wo warst du? ne war damals so ein Skandal wann denn damals? Hamburg 1968 ich dachte schon bei Schwarz Schwarz war es schön ne jetzt ehrlich ja ich weiß nicht genau wann das war aber das war mal wegen Skandal das in der Bundestagstoilette das war auch glaube ich zu der Zeit wo diese eine Type ne das war glaube ich danach dieser Crystal Meth Politiker da äh Eckart von Hushhausen ne ne wie heißt wie hieß der denn? von Gutenberg wer hat abgeschrieben oh Gott völliger Rufmord in dieser Folge ich würd sagen wir machen kurz einen Cut Gutenberg guckst guckst ah da ist aber kein Strom drauf und ich kann nicht springen da ist ja kein Strom drauf guck mal hier ich hab keine Ahnung die hält da muss doch Strom drauf sein was ist das denn jetzt da los? geh mal von außen guck mal ja ich hab auch 4 Minuten ach du hast auch Beine kaputt ja du hörst doch nicht zu müssen wir mit ne ich hab's ne ne das hab ich wahrgenommen aber direkt wieder gecleared weil die Information mit dem Koks kam war es hinten weg so jetzt haben wir die Monetisierung komplett raus alles klar perfekt kannst du jetzt extra nicht schnell laufen ich würd sagen oder wollen wir das Drama dem Zuschauer weiter der läuft hallo? ja ok wollen wir das Drama wie bist du da rüber gekommen? ich bin hier laufen hier sprung die Brücke geht jetzt allerdings auch auf nehm ich doch die Woodframes macht's leichter die Brücke geht auf ähm wollen wir dieses Drama dem Zuschauer willst du jetzt ausmachen? ja ich hab gedacht das wollen wir mal kap machen bis wir wieder frisch sind wie willst was meinst du denn damit jetzt? ne ist denn Bruder schwierig na gut wir werden jetzt ausladen von daher würd ich sagen ja jetzt mein ich ja mit dem aaaah schade dass das Ding nicht gleichzeitig auch auch so hoch schnickt ne fump wär ein bisschen lustig ja na willst du mich verkackern dieses Spiel warte ich mach auf hier ja Punkt jetzt oh Gott was Dialoge was eine Folge wir sehen uns gleich wieder wir sehen uns in der nächsten wohl da sagen ja genau mach dir keinen Stress tschöö später so schönen guten Morgen ja moin gleich noch mal bei der Arbeit hab ich gehört ja du ich bin bei der Arbeit du guckst die ganze Zeit ich hab gekocht die Nacht lass mich doch die Nacht kochen gekocht ja ich hab Essen gemacht so blöd kann keiner sein ich hab Miets du gemacht ich hab die Ernte eingeholt und dann gekocht das kann auch keiner fressen das so schön was sind zwar alle Kartoffeln drauf gegangen für aber ne wirklich ja gut der Rest ist ja oben aber wächst noch ne hab ich ja angebaut genau oder anbauen ich hol nochmal Kohle soll ich dir was mitspringen oder kommst du nochmal zurück mitspringen du könntest mal also ich zieh mir jetzt so ein Hobus du rein ich hab's extra gekocht ja würde ich auch nehmen dann würde ich noch was zu trinken nehmen in Massen also und Red Tea hätte ich gerne hinterher Red Tea irgendwie 2,3,4,5 Stück und dann nochmal irgendwie ein Kaffee ja ich hab mich gesplindet auch du hast dich wahrscheinlich auch gesplindet ne du hattest nur ein verstauchtes Bein ne du hast Salbe drauf ich hatte gelb und aber ne spinnen konnte ich nicht genau ich hab die Zeit abgewartet richtig genau ja das wird auch schon mal gut das stimmt ja jetzt stehe ich hier doof rum äh was machen wir fahren wir zu der wieder zu dem wir machen das nochmal ja wobei eigentlich in ein paar Minuten das Trader dann könnte ich eben mal abgeben ich weiß nicht hast du nicht noch ich hab auch eine zum abgeben genau dann landest die doch kurz Kilometer naja ja du meinst dass wir direkt eine neue annehmen können ja das auf jeden Fall ja 160 Meter deswegen machen wir erstmal das genau geben wir das mal ab dann beim Trader und ich hol jetzt nochmal eine Kolle ähm ich hab jetzt auch mal einen Sprint eingesteckt nur so aus Sicherheitsgründen bevor man nochmal irgendwie abstürzt könnte ja sein dass man da irgendwie so könnte ja sein dass man in ein Loch springt wo man eigentlich nur reingucken sollte richtig richtig weißt du ja hätten ja auch Stacheln drin sein können ich wollte die Szenerie dir zeigen und du ballerst gleich rein du solltest halt wirklich mal überdenken auch deine Aktionen manchmal das ist ja springen vor der Aufnahme das ist ja mach mal irgendwas dummes wieder damit der Zuschauer wieder kommentieren kann naja das muss ich ja nicht mehr sagen das muss ich doch nicht mehr sagen ne das kommt von ganz alleine sag ich ja das ist äh deswegen spiel ich hier mit dir einfach auch damit ich gut aussehe ha 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 damit ich gut dastehe richtig so so schöne ab wann ist dein rein ab 6 was wenn 6 zahlst oder was für 6 ab wieviel Uhr der Händler hat die Tür und öffnet ich zahle nicht für 6 ich nehme es mir ich bin feier ok ich verhau mich hier wir haben jetzt 5 Uhr 40 ja und ab 5 Uhr 45 wird zurückgeschossen oder was ist jetzt guck mal 4 komm lass mich rein mach auf hier das Schild praktisch glaub ich soll meetings du bist doch recht nö du hast gesagt holt sie dir weil du kommst eh zurück NE das ne das nicht das die gesagt habe du hab weekends ja und hab ich dort wundert立ier drin alles klar hast du gesagt den intern hast du gesagt im Kopf hast du dir gesagt leck mich du jetzt hole ich dir was zu essen du kannst mir mal Beleg mich. Hallo, beck dich noch. Jetzt hole ich dir was zu essen. Nee, du musst mir was zu essen. Ich bin schon fertig. Ich bin satt. Ja, das... Ich weiß nicht, ob wir sitzen. Ich meine, die Hände sind eh noch nicht offen. Warum haben wir jetzt die Aufnahme eigentlich nochmal gekümmt? Du wolltest sie anmachen. Ich habe gesagt, nee, warte noch. Du hast gesagt. Nee, ist ja ja. Also wir müssen jetzt... So, ich habe was zu essen für dich bei. Ja, cool. Findest du mich? Ich komme dir entgegen, ja. Ich wäre doch gelacht, wenn wir den Raketenschacht nicht bezwingen würden. Oder? Na klar. Das war nochmal richtig durchgehen, weil wir haben ja irgendwie auch die Hälfte vergessen, glaube ich. Also mehr als die Hälfte. Wir haben ja nämlich ja nicht... Den krassen Lootraum haben wir ja nicht gefunden. Pizza für Jonas Wagner? Nee, hier ist nur Reinsch. Reinsch. Ist hier jemand, der reinschreift? Ich komme ja nicht raus mit meinem Motorrad. Du hast jetzt kein... Sprengst du hier? Ich habe meinen Bock hier drin. Bist du bescheuert? Du bist runtergefallen? Nein. Niemals. Na, ein Glück habe ich den leer gemacht. Nee, da ist noch drin. Naja, ich habe dir schon wieder was drin gepackt, ja. Ja, genau. Benzin und all so ein... Ja, so ein Quatsch, ne? So. Ey, ey, essen, trinken, tralala, wups. Ja, ich bin hier hoch. Du kannst doch offen werden. Du musst dir ja zwischendurch wieder runtergehen. Dann werfe ich es dir halt runter. Warte. So. Da. Und da. Hast du? Hast du mir schön ein Red Team mitgebracht, nicht? Nein, war nicht... War nicht... War aus. Red Team war aus. Im Hirn schwierig. War nicht die Idee. So, jetzt fahre ich über so Händler. Alter, ey. Ja, ich mach nur... Wie war ich jetzt? Ach, schade. Ich würde gerne vier wirklich schon gerne mitnehmen, aber das wird nischt. Das heißt, Mold, Kohle hast du geholt, ne? Kohle, ja. Nur Kohle, weil Potassium haben wir noch 3000. Ich meine, wahrscheinlich reicht das. Ist sowieso nervig, dass wir hier mit dem Pickaxe da rumlocken hier. Level 55. Ja, von uns hat da keiner den Erdbohrer gefunden. Ah, ja. Oder? Haben wir es mittlerweile nicht mitbekommen? Ne, ne, haben wir nicht. Darüber hätten wir uns doch erfreut. Oh, wow. Nö. Das wird noch unser... Den erlernen wir auch wirklich nur mitfinden. Ja, das habe ich jetzt irgendwie schon viermal geguckt. Ja, das ist so ein bisschen wie das Forge-Buch damals vor... Ja, genau. Das war auch... ...vielen Alphas. ...vielten Mai sagt das dazu. Nachher, Trader. Schon wieder eine Sechser-Knarre, ne? Warten wir. Wieder so eine Marksman-Rifle. Oder war das eine Fünfe vorher? Ja, damit kann man totscheißen. Wir haben... ...wir haben richtig viele Marksman-Rifles. Soll ich sie verkaufen oder heben wir die Teile auf? Aber Sniper ist halt auch... Na, wir haben... Wobei, die macht halt einen dreienhörigen Schaden, ne? Wenn die beschleunigst. Ja, ja, klar. Wenn die jetzt, sag mal... Stimmt schon. Andersrum macht sie halt nur eh einmal Schaden. Wobei sie auch den Zombie dann tötet. Na, klar. So, ich bin soweit. Ja, das war klar, ne? Das war klar. Ich habe nichts gemacht. Ich bin soweit. Nee, ich habe gekocht. Du bist ja wieder im Loch umgebuddelt. Ich habe sogar Hauslieferungen machen wollen. Das hat nicht ganz funktioniert. Ich habe 3000... Deinen Powder mache ich hier gerade. 3000. Lass dir mal auf die Zunge zergehen. Reicht für eine halbe Horde noch. Der Rest? Da rein? Wobei, brauchen wir ja nicht. Also, wir haben jetzt... ...drei Sechser. Wobei eine gemoddet ist. Drei Sechser? Mit dem Scope. Drei Sechser-Rifles. Und eine Dreier. Na, eine hättest du verkaufen können, ja. Nö. Das war eine Sechser. Nö, deswegen kannst du doch trotzdem verkaufen. Das ist schon dieses Lila. Das ist wie... Lila. ...der heiße Loot in Diablo. Lila, stimmt. Wie sagst du? Sagst du das Diablo oder Diabolo? Ich sag Diablo. El... Diablo. Muerte. Bande. Und die Weife, warum auch nicht? Weg mit dem Rotz. Ich habe wieder Scheiße gelabert. Warte mal kurz. Rotz. Willst du abgeben, dass wir in die Siedlung kommen? Okay, gehen wir jetzt ab, ja. Okay. Gehen wir jetzt ab. Gehen wir jetzt ab. Na, ich habe noch die Trailer-Kiste leer gemacht. Dann kriegt ihr doch nochmal... Jo, hab ich gerade... ...ein paar Schaueln. ...hier unter... ...verjubeln. Verstehst du? Ja, ein Orga wäre schon was schönes, aber wo finden wir so ein Teil? Wir sind ja jetzt bei 20 Muten. Gas, also die Tankstellen, die, äh... ...die Toolshops, die... ...Hab man bei den Stiftools jemals schon so... ...100%? Na gut. Oh, ich habe eine Fünfer-Schrotze gekriegt. Herzlichen Dank. Oh, das ist aber... ...das ist aber schön. Weil die Schrotze ist schon... ...die hat schon was, ne? Herr Neumann. Herr Neumann kann was. Do you have any jobs? Cleared some. Ist war halt irgendwas nah dran? Jo, Fetch, Cleared, 205 Meter. Ist ja nichts. Na dann. Level 4. Wir haben 7 Uhr, wir haben früh. Wir können questen. Wir können. Außerdem haben die Zuschauer jetzt schon auf den Tag folgeversichtet. Jetzt kriegen sie mal eine schöne lange. Oh, nee. Was ist? Na, ich kann es passieren. Was ist meine Fünfer-Schrotze direkt wieder verkauft? Äh, gibt's da nicht so eine Rückkauf-Option? Ja, ja, klar. Weiß ich nicht. Seventail ist ja da noch nie gespielt. Ja, gibt's, 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 gibt's. Okay. Was aber bitter ist. Ich stehe hier mal ein bisschen. Ich habe mir jetzt so viel Marksman-Rifles verkauft, die will er ja nicht mehr kaufen. Was ist los mit ihm? Gibt's ihm die schrotze Visa für 13.000? Wie viel hast du denn bekommen? Wie viel hast du denn bekommen? Bei Euro? Dollar? Nein, beim Verkaufen. Wie viel? Ich habe, ich habe, achso, nicht so viel, definitiv. Keine. Ach nee, es sind nur zwölf. Es sind nur zwölf. Das ist ja echt niedlich. Das ist ein neuer Effekt, den finde ich gut. Der Endrohr, der Endrohr-Reiniger. Das Endrohr vom Moped. Oder wie sie ihn ganz lieb nennt, Willi. Sag mal, ist das hier ein V8-Moped? Das ist klar. Das ist ja ein V8-Moped, was hier liegt. Was? Komm jetzt mal, das ist volle Drödelei. Also ich als Zuschauer hätte jetzt schon vorgespult und verhofft, dass noch was passiert in dieser Folge. Ich bin ruhig. Ich kauf noch ein bisschen fett. Ich warte, ich warte, der Frischhammer wartet auf. Regert mich. Regert mich. Okay. Machen wir jetzt meine Quest oder deine Quest? Silo. Meine ist nur 200 Meter entfernt. Wollen wir mal gucken, was das ist. Das ist die Baustelle. Okay, dann lass uns erstmal Raketensilo. Das ist, glaube ich, ein bisschen spannender. 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 Haben wir eigentlich noch Punkte, um irgendwie... Nee. Entschuldigung. Hähnchen. So genau wollte ich es nicht wissen. Hähnchen stößt sich immer auf. Was habe ich denn da gegessen? Das schmeckt aber interessant, Jens. Das hat sich immer noch diesen Nahrerschmack. Das hatte ich aber auch noch nie. So hart. Stoße mal auf, Leute. Nur damit ihr wisst. Ich glaube, auf einem gewissen Alter musst du auf die Haut irgendwann mal verzichten. Und das wird nie in meinem Leben passieren, weil... Echt? Die Haut ist das Problem? Ja. Nee. Ich kann mich immer erinnern, meine Oma hat immer die Haut abgemacht. Weil die so fettig ist. Das geht auf dem Magen. Du verdaust nicht gut. Aber ich finde, ein Hähnchen, wo die Haut nicht mehr als Sonnenbratstufe... ...irgendwas hat. Mhm. Knusprig. Genau. Kannst ja nicht essen. Das war halt wie von so einem Wagen hier. Von so einem Hähnchenwagen. Ich bin jetzt quasi als Arme gelegt. Überrollt worden und du hast geöffnet. Ich hab jetzt schon wieder von einem Adler angegriffen. Im Ernst. Feuers. Kommt, Feuers. Die ist so still. Aber abrupt wurde still. Ich finde es besser, dass ich wenigstens Gnatter der Motoren um die Ohren habe. Vor meinem Bock. Als dass du mit einem Jeep fährst, wo du überhaupt nichts hörst. Also die Stille finde ich so derbe unangenehm. Man hätte das Ganze jetzt cutten können. Wir hätten jetzt aus dem Ding rausgehen können. Wir hätten jetzt aus dem... Schön vorbeigeslidet. So. Da geht er los. Da geht er los. Zum Ende der Folge gibt es hier nochmal... Die Tür war offen. Da gibt es hier nochmal. Warte mal. Ein T-Shirt und einen Schluck Wasser. Warte mal so. Habe ich jetzt die Schrotze wieder gekauft oder nicht? Wollte ich da sagen. Warte mal kurz. Du musst die... Aber du kannst mich... Ich fange schon mal an. Jero ist vorn. Du weißt ja, wo du dich rennen sollst. Da ist so ein Loch, hab ich gehört. Da muss man auch hin. Da muss man auch springen. Oh. Geier. Stimmt. Der ist mir die ganze Zeit gefolgt. Puff. Wo ist der Geier jetzt hin? Willst du eine Vierer-Schrotze haben? Niemand kommt. Der ist bei mir hier. Bei dir hier. Auf wie viel Meter trifft man den Geier überhaupt? Den kannst du, glaube ich, schon auf komplett finden. Ah. Puff. Das Ding. Da wäre das auch geklärt. Was ist das denn? Okay. Dann... It is... Clear the area. Clear the area. From all what you think. And stay with in. And stay with in. Without breaking your legs when you jump down the Raketensilo-Schacht. Ja, of course it's not a good idea. Nee. And, ähm... Wir sind jetzt bei 25 Minuten. You're not gonna leave this. Wenn ihr jetzt gerade vorgespult habt, herzlich willkommen an dieser Stelle. Wir sind wieder zurück. Wo wir am Anfang der Folge gestartet sind. Ja, aber jetzt hier mal mit Speed... Stehst du? Mit Speedrun mäßig. Speedrun? Ich muss aufpassen, ich habe noch zwei Sekunden auf meinem Beinbruch. Und eine Sekunde und ich bin wieder good to go. Ich sprenge. Das ist wirklich der Sprung. Guckst du mal rein in das Ding? Wo rein? Nein, da wo du gerade drüber laufen bist. Äh, ja, in den Aufzug meinst du selber? Da liegt Munition drin. Einmal Schrotz-Munition. Ich habe noch eine Lotion gefunden, da kannst du dich mit einreiben nachher. Oh, ein... Das war... He runs. Ein schneller Zombie. Da war wohl der Wagen im Weg. Was war denn das eben? Trucks loon. Lünen. Lünen. Die wären geil. Die wären... Als Fahrzeug? Ja. Ein Truck als Fahrzeug. Komm, zur nächsten Folge haben wir einen Humvee. Einen Humvee. Lass das uns zur nächsten Folge machen. Wir machen einen Humvee rein. Ist schon wieder irgendwo runtergefallen? Ne. Ne, 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 ne. Alle check, ja? Ich gehe hier mal weiter. Ja, dann lasse ich die Autoteile erstmal hier. Wir machen erstmal den... Ja, lass uns mal zum dicken Lootraum vor looten hier. Kaffeemaschine, das ist doch der dicke Lootraum. Haben wir noch. Über die ist noch ein Rucksack. Ja. Äh, wo geht das hier? Hier. Oh, Seed. Bei mir. Hier lang. Echt? Ach, da geht es noch durch. Neunsen. So, hier ist nicht viel. Hier ist nicht viel. Götz. Äh. Spirit. Abend. So. Weiß nicht, ob sie es wussten. Also so schlecht. Kling, kling. Hier ist die Rakete. Hast du Dinge looted? Ne. Hier ist zu, hier ist offen. Manche Props sind lootbar. No problem. No Props. Ne, der Schacht, das ist hier. Hier musst du aufpassen, dass du nicht runterfällst. Hier bin ich nämlich vorhin runtergefallen. Ich glaube, ich habe nicht die Idee dabei, weil wir können hier, oh, hey. Riecht das ein oder ist es einfach nur die Koordination hier durchzugehen? Die Koordination. Ah, hier ist offen. Oha. Die machen wir jetzt so. Was? Bist du bereit? Ja, ja. Kick it. Geil. Okay, ein Sack von dir hoch. Eine zu ne Ding. Ich denke, die würde mich hier verscheißern wollen. Was ist das hier? Das ist der Kontrollraum. Meinst du, wir können hier irgendeinen Hebel umlegen, dann startet die Rakete? Oder können wir jetzt einfach einen Jump hier runter machen? Ne, hier ist doch eine. Ich jump hier nicht runter. Ich glaube, die Idee ist schon so, hier hoch den Weg zu folgen. Du musst halt wirklich hart aufpassen. Gerade auf diesen Ecken. Diesen Ecken, dass sie nicht raushebeln. Das ist echt schlimm. Ich gehe nur rum. Guck mal, ob die Tür offen ist. Ich glaube, die... Die habe ich probiert. Die waren zu. Die waren zu? Ja. Ach so, dann geht es hier runter. Ach, hier ist aber jetzt nicht... Oha. Und? Es tut weh, aber es geht. Verstaucht? Ne, ist nichts passiert. Kannst du weiterlaufen und gucken, ob da was geht? Ja, ich bin... War auch zu. Das ist nur ein Rucksack. Ah, ist es leider. Der ist nicht wahrscheinlich... Ach, hier kann ich hoch jetzt. Ja, aber das kann... Ne, ne, wir müssen runter. Hier kam ich gerade. Hier ist nichts weiter, ne? Ich sage... Ich sage... In meinem müden Zustand wahrscheinlich schon, aber... Da geht es rein noch. Dann war ich ja doch schon richtig, oder was? Und hier muss ich jetzt... Na ja. Hier gibt es nicht hier einen normalen Weg runter, muss ich mir jetzt... Ich habe doch ein Dings. Ich habe doch ein, äh, ne, so... Ja, du hast. Das ist klar. Ne, ne, komm, mach den Weg, mach den Weg frei. Ich bin doch schon lange runtergesprungen. Ne, das ist... So muss man anscheinend sogar. Ach du... Oha, ein Hund. Ah, das war aber fass. So schnell war die Schraube... Aber hier ist nichts. Hier kam ich ja her und kam nicht raus, oder? War das... Na, vielleicht hast du was übersehen. Ach so, Moment, doch. Ich habe mich hier noch durchgearbeitet, ja. Vielleicht hast du was übersehen. Hallo? Oh. Anybody else? Ah, ich glaube, ich bin, ich bin rechts rumgegangen und eigentlich, ähm, hätte ich hier noch wahrscheinlich looten können. Ah, jetzt finden wir jetzt noch ein Bücherregal. Tech Junkie. AP Robotic Turret Armour. Tried off a positive... Okay, Kraft. AP Robotic Armour. Ich habe das Buch für ein Advanced Fellow, das ist natürlich nicht so aufregend. Ich kann recoil. I tell my privates, don't pinch the flinch. Pinch, don't flinch. Oh, ich habe den Wäschekeller gefunden. So, mein Lieber, wir sind jetzt bei über einer halben Stunde. Aber das ist... Feinste Unterhaltung. Willst du jetzt hier wirklich ausmachen? Nö. Gott sagen. Gute halt jetzt heute mal eine lange Folge. Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Orga? Äh, Shepard's Pie Recipe. Reading the recipe will teach you how to eat them. Ja, okay. Irgendein Kuchen. Kuchen. Da wiss ich, wo lang. Na, endlich. Hier. Ist hier nichts weiter? Nee, hier ist eigentlich der Weg, den ich andersrum zurückgegangen bin, die ganze Zeit. Der Wäschekeller hier. Aber, ne. Da ist nüch. Ja, aber hier muss doch irgendwas sein noch. Hier waren wir drin. Ja, und hier bin ich, habe ich ja versucht hochzukommen. Oder habe ich mich ja hochgeschafft, seit ich mir gebrochen am Bein. Höchstens dieses Sündstück. Wieso kommt der da nicht raus? Schlüsselstück. Das Nüttelstück. Doch, hier, genau. Hier geht es doch hoch. Äh, das ist eventuell. Hier bin ich, glaube ich, nicht lang. Genau. Hier ist zu. Hier. Da ist verriegelt. Und hier sind noch. Ah, siehst du? Aha. Hier geht es weiter. Ja, 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 ja. Jetzt wird es erst richtig spannend. Hier. Passen. Aufpassen. Da haben wir ein Klebeband. Ist ja wie ein Hauptgewinn. Neu. Dann. Ist hier Fluxkompensator. Fluxkompensator. Und ab in der Pipe. Oh. Schön. Killer. Wölfst zwar nicht wie ihn, aber. Sicherheitsschuss. Ja, Lootraum. Ne, Spaß. Mach's ruhig. Aber wer weiß. Warte. Das ist der Level 4 Quest und das ist der Lootraum. Das wäre jetzt hart. Genau, was zu essen. Was zu essen. Wir haben auch ein bisschen Zement liegen lassen, aber dahinter ist noch eine Kiste links in der Ecke. Ja, über dir ist auch noch eine. Ne. Das ist nicht das Jelbe. Oh mein. Wir waren auf jeden Fall nicht bei der ersten Runde. Ne. Sieht krass aus. Sieht krass aus. Oh. Weißt du? Nein. Wen? Mach's wieder. Ich spiele mit den Zombies. Sie stand so rum. Na, Ben. Ja. Sieht immer noch bei mir, die Tante. Ich weiß nicht, ob ich den so gut finde, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, dass es hier so eine, immer mehr von diesen Verstecken gibt. Ähm, ja. Also, ich muss sagen, mit Seven Days to Die würden mich auch ja Spielelemente reizen, wo dann irgendwie unkontrollierte Horden kommen, weißt du, solche Dinge. Ich meine, es gibt es ja als Mod, aber ich finde, ja, keine Ahnung. Ja, ein bisschen Unvorhersehbarkeit. Ja, genau. Ja, genau. Erlappt einen gewissen Level, egal wie schwierig du es jetzt einstellst, überrasch dich halt wenig. Also natürlich vielleicht durch neue Poise. Weißt du? Okay, Bumper ins Head. Der hat doppelt gekriegt. Die haben das auch nicht leicht. Mit uns. Aber das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo wir noch nicht waren. Ich meine, schön gemacht, ne? Schön gemacht. Sieht gut aus. Guck mal rechts die Tür, bitte. Locked. Locked. Ja, klar. Also auf jeden Fall so ein Poil wie den Raketensilo, das ist auf jeden Fall cool gemacht, aber ähm, ach, ich weiß nicht. Ich brauche echt irgendwas Frisches, was ähnlich ist vom Gameplay her. Na, ich verstehe schon. Ich habe schon irgendwie Bock drauf. Man spielt ja jetzt auch schon ein paar Jahre Seven Days, ne? Und da befriedigt auch irgendwie gar keine Mod aktuell. So richtig. Naja, weil es ja doch nur, also es bleibt ja Seven Days. Also das ist ja nicht, was jetzt ja nicht schlecht ist. Don't verstehe mir falsch, Leute. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So. Aber weißt du, was wir uns mal angucken könnten? Na? Ich weiß jetzt auch nicht so viel, ich will ja was mit Ballern. Ah, ich habe den Lootraum gefunden. Oh, fuck. Na, ich bin mir nicht... Die leichten Pflassen in ihren Weg. Jena ist noch mal dabei. Irgendwo. Der könnte andersrum sein. Oh, ich habe nochmal... Nö. Loot, 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 loot. Scheiße. Kein Platz in der Tasche. Ähm... Ich habe übrigens noch mal auf dem Lucky geskillt, aber... Seja, mach... Lass mal ein Rezept für dich. Halt die Nase rin. Das ist ja was. Und den Rest. Locked. Da probiere ich doch mal meine Schlossknack-Fähigkeiten. Extra geskillt. Machen wir ja einen Safe ran. Geh jetzt nochmal nach oben. Ach, ich glaube, die jetzt raus oben. Stimmt. Und auf ist es. Oh. Na? Äh, puh. Komm, Mombo Level 4. Das ist jetzt nicht so aufregend, aber... Das ist aber... Klingt aber schon gut. Das ist der beste, den wir bisher erfunden haben. Och, in eben Zucht durch. Ich habe ein Level 5 gefunden. Ein Compound. Ja, hier ist noch ein bisschen Graf drin. Militärstiefel sind hier drin und solche Sachen. Und ein Level 3 Revolver. Äh, lass mal kurz überlegen. Gläser raus. Lappen raus. Mais raus. Gammelfleisch raus. Ähm... Die Pfeile... Kann man es nochmal neu machen. Juti. Juti. Ja, dann durch. Guti. Willst du Munition haben? Oder hast du die Wand schon? Jo, hast du schon. Die wat? Na, jetzt zu. Die Wand. Soll ich mal versuchen, die Klappe hier zu knacken, wo wir hingehen? Das geht nicht. Ach, sowas kann man nicht. Wie stark ist denn so eine Klappe? Och, wie. 7000, er leckt mich am Arsch, ne. Aber wir laufen doch jetzt hier nicht zurück, oder wat? Ja, das ist ja genau das, weil hier eine Klappe über uns ist. Wollt ihr mich verheißern? Müssen wir jetzt wirklich zurückblicken? Wobei ich sagen würde, 2,5. So eine Wand hier. Komm, wir haben das Ding geschafft. Herzlichen Dank für den Zuschauern, würde ich sagen. Ja, so sehen wir das. Wir kommen hier raus. Was wir jetzt hier machen, ist eine andere Frage. Ist ja keiner. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.